Ich grüße euch zum Lehrvideo. Langsame Gesundheitsform, zweiter Teil nach Meister Manchang Bao mit Jürgen Meier. Es geht jetzt los mit der versteckten Faust. Hier im Mabo, Ende erster Teil. Hände ablegen. Parallel zur Erde dabei die Hüfte entspannen. Taille dreht. Nach 45 Ferse. Hintere Beine strecken. Drehen auf der Fußspitze. Mittelfinger drehen. Hände kreuzen und vorne auf dem Fußballen zurück. Und hier unten ist die versteckte Faust und hier oben ist die sichtbare Faust. Fußspitze aufstellen. Ich zeige das Ganze noch einmal. Von der Position her bin ich hier mit der Taille etwas schon gedreht zur Hand. Entspanne die Hüfte. Die Taille dreht. Die Ferse. Gombus. Gewicht ist auf dem vorderen Bein. Fuß rumstellen. Geradeaus. 90 Grad. Taille dreht noch ein bisschen. Drehen auf dem Fußballen. Dann zurückgehen ins Schübo. Mit der Hand zusammen noch einmal. Hände ablegen. Schulter entspannt. Taille. Fäse. Fußspitze. Hände kreuzen. Beim Hände kreuzen sind wir hier auf der Falte mit dem ersten Fingerglied vom Zeigefinger. Ja. Hier. Dann am Unterarm entlangstreifen. Faust und Faust oben. Hier habe ich ein rechter Winkel vor der Schulter. Der Ellbogen ruht drauf. Und die Daumengurzel ist zur Nase. Einmal in Bewegung. Zumachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.